Gibt es eigentlich eine Psychosomatik von Krebs bzw. wie sind psychosomatische Zusammenhänge einer Krebserkrankung vorstellbar und was davon ist vielleicht sogar schon nachgewiesen? Beim Krebsgeschehen selbst geht es ja zunächst einmal um ein aggressives Wachstum bestimmter Zellen, insbesondere der sogenannten Krebsstammzellen und ihre Metastasierung, das heißt ihre Streuung, in verschiedene Organe und Gewebe des Körpers hinein. Das Krebsgeschehen ist gesteuert durch Fehlschaltungen von Genen und hier spielen die sogenannten Onkogene und die Tumorsuppressorgene eine wichtige Rolle. Normalerweise werden fehlgeschaltete Gene durch interne Reparaturmechanismen des Körpers auf zellulärer Ebene erkannt und vernichtet, aber manchmal funktioniert das nicht. Und das hängt wiederum mit bestimmten Defekten in der Funktionsweise des Immunsystems zusammen. Wie wir aus den Ergebnissen der Psychoneuroimmunologie wissen, die in den letzten Jahrzehnten gemacht wurden, ist das Immunsystem ja konditionierbar, das heißt das Immunsystem lernt und stellt sich auf bestimmte äußere und innere Faktoren und Bedingungen des Körpers ein und ist somit auch nachweislich psychogen beeinflusst. Das heißt, dass der psychologische Zustand eines Menschen auch die Funktionsweise seines Immunsystems beeinflusst, also fördern oder auch beeinträchtigen kann. Das Immunsystem besteht auf der einen Seite aus dem humoralen Immunsystem, hier spielen zum Beispiel Hormone und Zytokine eine Rolle, auf der anderen Seite aus dem zellulären Immunsystem, das aus einer Vielzahl von Zellen besteht, unter anderem aus den Killerzellen und aus verschiedenen Formen von Leukozyten, also weißen Blutkörperchen. Das Immunsystem wird beeinflusst durch die Funktionsweise des vegetativen Nervensystems und hier spielen insbesondere anhaltender Dysstress, also unangenehmer und als belastend empfundener Stress und auch Schlafmangel eine wichtige Rolle bei der Beeinträchtigung der Funktionen des Immunsystems. Das vegetative Nervensystem ist wiederum beeinflusst durch den emotionalen Zustand eines Menschen. Es wird insbesondere beeinträchtigt durch Gefühle von Angst oder Verzweiflung und die Gefühle eines Menschen sind wiederum von kognitiven Prozessen beeinflusst. Sie werden besonders beeinträchtigt von negativen Erwartungen, also beispielsweise, wenn ein Krebspatient damit rechnet oder sogar mit Sicherheit davon ausgeht, dass seine Erkrankung eine negative prognostische Entwicklung haben wird, und auch von traumatischen Intrusionen, das bedeutet zum Beispiel, dass ein Patient die Übermittlung seiner Diagnose, die fast immer als psychisches Trauma erlebt wird, in seinem Geist wieder und wieder und wieder durchlebt, weil seine Psyche versucht, dieses Trauma zu verarbeiten, es aber nicht verarbeiten kann, oder auch, indem sich der Patient negative Entwicklungen seiner Krankheit, also zum Beispiel Sichtum, Schmerzen oder Tod, in seiner inneren Welt wieder und wieder vorstellt, ohne dass er diese Gedanken zum Stoppen bringen oder ausblenden kann. Und solche pathogenen Kognitionen beeinträchtigen nachweislich die Funktionsweise des Immunsystems. All die psychischen Prozesse eines Menschen sind wiederum beeinflusst von seiner Lebensweise. Hier ist besonders zu nennen natürlich das Rauchen, was bekanntermaßen eine große Rolle bei der Entstehung und auch bei ungünstigen Prognosen von Krebserkrankungen spielt. Dann ein Mangel an tragenden Beziehungen. Das kann beispielsweise heißen, dass einem Menschen tragende Beziehungen wie Partnerschaften oder familiäre Beziehungen einfach fehlen, oder dass er diese Beziehungen als belastend erlebt. Eine wichtige Rolle spielt auch ungesunde Ernährung, hier insbesondere das Junkfood, also Ernährung durch Fertigprodukte oder durch Dosennahrung, oder ein Mangel an Frischkost oder an vitaminreicher Nahrung, und auch Bewegungsmangel, der wiederum zu einem Mangel an körperlicher Fitness und zu Übergewicht führt. Wir können davon ausgehen, dass es zwischen all diesen Faktoren vielfältige und vernetzte Wechselwirkungen gibt, die auf dem heutigen Stand der Forschung leider noch wenig untersucht sind. Aber wenn man sich diese Tabelle hier in ihrer Gesamtheit anschaut, dann ist es durchaus nachvollziehbar, dass es Zusammenhänge zwischen der Lebensweise eines Menschen, seinem psychischen und psychosomatischen Zustand und dem Krebsgeschehen selbst geben dürfte. Ernest Rossi, ein weltbekannter Hypnotherapeut, einer der ersten Schüler von Milton Erickson und Herausgeber seiner gesammelten Werke und einer Reihe seiner Bücher, nennt diesen Zusammenhang die Mind-Gene-Connection, also eine Verbindung zwischen Prozessen auf der geistigen und der genetischen Ebene.